Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach ja, wir wollten ja jetzt einen Eggman jagen. Und damit wir kommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic. Und nicht wie das, dass wir stehen geblieben sind. Ja, ich greife es mal wieder auf der World Map, weil mir langweilig ist. Genau wie in jedem Part, aber das habe ich euch wahrscheinlich noch nicht verraten, oder ne? Wir gehen nach Mystery. Denn dort soll irgend so ein komischer Typ mit Schnauzbart unterwegs sein. Ich weiß nicht mal, wie sein Name war. Ach egal, gehen wir ins Dorf. Gehen wir den diesen Typ mal jagen. Sonic! Ein Mann mit Schnurrbart verbreitet Panik. Ein Mann mit Schnurrbart? Hm, wer könnte das wohl sein? Das könnte ja alles wirklich sein. Moment, ist das etwa Eggman? Du kannst gar nicht mehr kennen, du hast ihn noch nie zuvor in deinem Leben gesehen. Ich weiß, wie ein Eggman aussieht. Und glaub mir, der Armblick ist nicht gerade schön. Das ist wirklich für eine große Hardbee. Wer war- Erweiss, wir sind doch gleich ganz gut. Das ist echt gut, wenn Sie nicht zuschauen. Ich bin der Armutverlein. Ich bin der Armutverlein. Ich bin der Armutverlein. Ich bin der Armutverlein. Für dich, dass sich das wichtig ist. So, you dare to defy me, do you? What? Sonic! Yo, Eggman! Thanks for that little skydiving adventure the other day. I should have known you'd still be alive, you stubborn little hedgehog. What are you doing out here? I see no reason to tell you. In any case, I'm busy. Farewell! Hey, wait! That's playing dirty. Come back! Just ignore him. Is everyone here alright? Yes. Yes, thank you. We can't thank you enough for helping us out. Ich weiß aber, dass ich es gerade gehört habe, aber einer von denen klang so wie Tails. Was das wohl nur zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Jägerhütte. Fangen wir doch einfach mal an. Hallo, ich bin Grubby. Alter, was ist denn das für ein Name eigentlich? Das würde ich echt mal gerne mal wissen. Wir sind alle so dankbar für deine Hilfe. Selbst die Doppelbundern gehen nur ganz selten zum Heiligen Tempel. Ja, ich kann mir auch schon so vorstellen, warum. Aussichtsturm. Ich bin Kofi. Vielen Dank für deine Hilfe. Wenn du freut sich zum Tempelbund ausfragen, den Dorf älisten. Ich frage ihn gleich. Ich frage ihn gleich mal, was das für komische Namen sind. Hi, ich bin Anna. Wenigst eine mit einem richtig seriösen Namen also. Aber ich muss mich bei dir mal beschweren. Ich war nachts bei dir im Laden. Du warst nicht da gewesen. Was wenn es um mein Überleben ginge. Das ist, das ist unverantwortbar. Ich will jetzt gleich dafür sehen. Sofort. Ach ne, Spaß. Machen wir weiter. Ich hatte solche Angst, dass mir fast das Herz stehen blieb. Was sind die überhaupt? Was wollen die von unserem Dörfchen? Die wollen euch ausrauben. Die sind, glaube ich, auch irgendwelche Leute, die sich beschweren wollen, weil hier nachts keiner hier im Haus ist. Der heilige Baum. Wie heilig ist er da wohl? Bist du Sonic? Danke, dass du uns selber gekommen bist. Ich bin Greg. Der Dorferliste. Das klingt irgendwie gerade so, als wäre der Name gerade erst erfunden worden. Geht wirklich so. Ihr habt es drauf gehalten. Macht euch zu Helden. Wir können wir euch danken. Oh, du möchtest sofort so zum Tempel haben? Also gut. Ich kenne euch zwar nicht, aber ich weiß, dass ihr ein gutes Herz habt. Woher ich das weiß. Weil ich es weiß. Oh man, jetzt gehe ich auch noch schon so YouTube-Kacke-Sprüche raus, wie Marvin es gerne schneidet. Marvin, du bist schuld, dass ich solche Sprüche raushaue. Du musst dich dafür verantworten. Ich werde ein öffentliches Video sehen, wo ich dafür entschuldige, dass du jetzt solche Videos machst. Und dass du einen schlechten Einfluss auf irgendwelche Let's Player hast. Das geht dir aber gar nicht. Also Marvin, das ist nicht unverantwortbar. Dislike and coming, mein Freund. Ich habe da so meine Tricks. Und aus dem hast du die Tafelstücke. Hier drückt da. Schäme da rein. Und fertig ist ein richtiges Machtstück geworden. Ich war hier bei meiner Planetentafel. Mit dieser wird das Skeletor geöffnet. Der Weg zum Gaia-Tempel. Also wie so eine Art Tür, die versteckt ist. Und die geht einfach auf, okay? Und zum Dorf befindet sich ein uralteiliger Schrein. Dadurch ist es aber ein Gaia-Tor. Steck die Tafel in die Pforte am Tor, um den Weg zum Gaia-Tempel freizugeben. Du solltest auch andere Hüte der Pläne die Tafel aufsuchen und um Hilfe bitten. Wenigst danke für die Tafel und jetzt im Jahr... Ähm, eine Frage. Ja? Können Sie doch doch wieder? Hehehehe. Nein? Warum soll ich es euch wiedergeben? Ich behalte es einfach mal eiskalt. Wir kommen im... Au! Kann ich auch. Au! So. Hey, Sonic! Ne, ich werde sie benutzen. Ich weiß, was da passiert, aber ich will noch nicht. Ah, wir können auch keine Tür öffnen, weil wir halt zu schlecht sind mit unserem... Mit der Ein-A-Bar. Ist jetzt egal. Wir wollen die Tür da öffnen. Ich glaube, das Spiel hält mich wirklich für sehr dumm. Ich weiß wieso. Langsam glaube ich nämlich schon daran, dass ich einfach verarscht werde hier. Ich schwere die... Los, fiste die hessische Tür. Schade, die Tür lässt hier fisten. Egal, ich nehme es eben so. Los, geht ein. Öffne die verdammte Tür. Ich will da durch. Wer weiß, was da ist. Oh, das ist doch ein Tokla-Kan. Ich gehe rein. Let's go. Eggman! Behold, my new power! Egg Beetle, go! Ich habe doch gar keine Angst vor so einem hessischen Käfer. Vor allem, wenn ein Eggman drin sitzt. Ja, komm her! Ich zeige dir gleich, wie das hier läuft, das Spiel. Bin bereit. So, los geht. Yeah! Doch, noch eine 3? Yeah! Na, hat's geschmeckt? Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es wehgetan hat. Ui! Take this, man! So. Dann wollen wir mal. Ja, komm her! Sag mal, willst du mich jetzt beeindrucken, oder? Eher nicht. Na, komm. Diesmal habe ich jetzt mit einem Angriff alle. Ich warte. Oh mein Gott. Jetzt! What? Fly finish. Oh, shit, ich habe einen Käfer getötet. Bin ich jetzt ein Monster, oder was? Ähm, ja, ich bin bestimmt jetzt ein Monster, nach der Aktion. Ich glaube, dafür geht es bestimmt disleicht. Ich meine, ich habe einen Käfer getötet. Ich meine, das ist so unmenschlich. Das darf man gar nicht machen. Ist jetzt schon gekommen. Aber danke für die Medaille. Was ist das Tempel of Gaia? Let's check it out. Hm. 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 Woah, awesome. What is this place? Hey Sonic, there's something weird here, right in the middle. Hey, what's this hole? Wait! There could be some kind of... Whoa! Hey! Huh? What's that? Hmm... 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 Wahoo! The Emeralds come back to life! This was the Temple of Gaia! That's gotta be why Eggman was so keen on taking the place over! Whoa! 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 Here we go again! Whoa! 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 We Roth! Go andEat We Rock! We Roth! Don'tky? Good news! The planet! One of the broken pieces of the planet moved back into place! Alright! Nice job! Take a look! Sweet! At this rate, you'll have the whole world back together in no time, Sonic! A planet-sized Jigsaw-Puzzle? Sounds like a great excuse to see the world! Wow, der Conan ist wieder ganz normal, wie der Professor gesagt hat. Ich habe ganz vergessen, wo wir jetzt hin sollen. Zurück nach Spargonia. Ja, du hast nicht vergessen, wo wir jetzt hin sollen? Es wurde gesagt, wo es jetzt hingeht. Du Depp! Wisst ihr? Es gibt wirklich Momente, da stellt wirklich die Intelligenz dieses Spiels regelrecht in Frage. Und hier haben wir wieder so einen Moment. Aber auf jeden Fall, im nächsten Part geht es dann hier weiter. Kommentar und Erwältigung nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.